Hallo liebe Sturmfans, ich bin der Lukas Spendlhofer. Ich bin jetzt neu zu euch gestoßen. Ich freue mich auf das Jahr und hoffe, dass wir unsere gemeinsamen Ziele alle erreichen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und ich freue mich schon richtig auf euch Grazer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020